Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club und herzlich Willkommen zu einem neuen Weihnachtsvideo. Heute zeige ich euch eine super einfache Methode, um Spekulatios zu dekorieren. Und zwar braucht ihr dafür ein bisschen Deko, zum Beispiel diese Sternchen oder Streuselchen oder auch kleine Marshmallows und Zuckerguss. Und dann kann es auch schon losgehen. Um die Spekulatien richtig schön zu dekorieren, habe ich hier schon mal Zuckerguss vorbereitet. Einfach Zitronensaft und Puderzucker gemischt und den färbe ich jetzt noch mal rosa ein. Dafür habe ich hier rote Lebensmittelfarbe. Davon nehme ich mir einfach ein bisschen raus. Schön verteilen. So ein ganz bisschen reicht von der Geh-Lebensmittelfarbe da schon. Wieder gut zumachen und einrühren. Dann schnappe ich mir hier meinen Pinsel und fange an, die Spekulatien schön einzupinseln. Wenn sie reinfallen, wie hier, ist das natürlich auch nicht schlimm. Einfach über eine schöne Schicht Zuckerguss drauf. Dann geht es natürlich mit dem Dekorieren weiter. Ich habe hier zum Beispiel diese blaue Sternchen-Mischung. Und da verteile ich jetzt die Deko. Und nach einer kurzen Trocknungszeit ist dann der Zuckerguss auch fest und die Kekse können zum Beispiel in eine Dose zurückgelegt werden. Ja, ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben dalassen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss! Tschüss!